Hallo und willkommen zurück zu Diablo, dem ersten wahren Teil. So, es ist wahr, dass das der erste Teil ist. Ähm, ich war kurz vor der Aufnahme nochmal einkaufen, wie man sieht. Vielleicht habe ich mich ein bisschen in der Masse der Mana-Tränke vertan. Ähm, ich sag mal, es kann nicht schaden, wir werden sie eh verbrauchen. Aber erst mal, ach, nach unten. Wir müssen erst mal nach unten, um sie es verbrauchen. Nicht wahr? So, da sind wir auch schon. Gut, äh, Flammwave. Ich nehme mal Firewall erst mal, vorsichtshalber. So. Gucken wir erst mal durch die Tür. So, guck mal noch. Genau diese. Ja, super, voll daneben. So, das war schon mal ein paar weniger. Au, 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 um die Ecke. Um die Ecke. Da schießt ja immer noch einer. Unfassbar. So. Gut, weiter geht's. Ähm, wäre ja gut. Die Sache ist, man muss ja Zielscheibe spielen, sonst fangen sie an, sich hinterher zu teleportieren oder wegzuteleportieren oder sonst irgendetwas. Für ein Späßchen. Ja, du mich auch. So, komm her. Was? Wo bist du? Komm her. Hier, her. Ah, geht doch. 160. Schon mal ein Trank. Haben wir schon mal wieder einen Trank drinne. Ah. Sack. Nicht genug, Mann. Ja, ja, ja. Nehmen wir die mal direkt aus der Fälle. Wo ist die Sau? So, der Grund ist halt auch, dass ich hier vor aufräume, weil nachher in diesen kurischen Kammern stecken ja auch nochmal Monster. Stell dir mal vor, ich öffne jetzt die Kammer, dann habe ich die Monster ja oben drauf. Ne? Logischerweise. Denke ich gut mit, wa? So, oben ist er. Jetzt holen wir die nächsten. Das spart viel Ärger nachher, ich sag's euch. Oh. Noch ein Verdammt. Nein, verdammt. Der war da. Genau, der war da. Jetzt ist mir einer weniger. Jetzt ist mir noch einer weniger. Puh, sei mehlig, geht's voran. Puh, bin ich eigentlich hier. Kann doch den da reinbauen. So. Juuuut. Ich weiß gar nicht, ob man sich mit Teleport da rein teleportieren kann. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine weise Idee wäre. Ich habe einen. Oh, danke. 211. Ein bisschen mehr als ein Heiltrank. Oder mal. Eins von beiden. Und das Unsere Scherben So Ja Ich muss jetzt Achso, das ist sogar noch ein Named Wäre super Hätte ich nachher noch ein Named gehabt zu den Horden Die dann in der Kammer sitzen Ist der ja ein Spaß gewesen Und nicht irgendwas Ja, das ist eine Lederrobe Ich brauche Platte auf dem Hintern Sonst pupse ich durch So Musste mal gesagt werden Komm her Ah Schon wieder die Lassen mich mich denn nie in Frieden So Ich muss übrigens ein bisschen Voraus aufnehmen Weil ich am Wochenende schon wieder wegfahre Geh weg Weg ist er Weg ist er Noch einer weniger Noch einer weniger Noch einer weniger Aufnehmen Die Fireball Komm die Gänze Hätte ich dir gar nicht zu Getraut Oh Stab auf Fireball Kann ich nicht überhaupt noch tragen Das sind die Dicken Das sind die, die die Magier auch benutzen Boah, jetzt wird zurückgeschossen Kannst mal sehen Schmeckt eure eigene Medizin Kannst mal sehen Schmeckt eure eigene Medizin Bloß mal die Waffen wechseln Dann die Spiele Also das Spiel ist ja älter als das andere Also als Diablo 2 logischerweise So Äh In Diablo 2 konnte man ja hier mit Mit einem Tastendruck Die Waffen wechseln Das wäre jetzt hier auch sehr angenehm Würde ich toll finden Dann könnte ich auf der einen Seite den Stab Und auf der anderen Seite Schild und Schwert Aber wie man gerade sieht Braucht man ja auch mal Schild und Schwert Ja Alter sind das F*** So, jetzt habe ich hier Firewall Not enough mehr Ne Das ist schon mal super öfter Ein paar waren ja schon die Damage Zum Glück von den Flettenwilfs Ja Geht doch So, wer hat vorhin Vorhin gesagt Ich habe zu viele Tränke gekauft Hä? 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 Hat das irgendwas überhaupt Bitte, dass ich zu viele Tränke gekauft habe? Ich spreche jetzt Und dann möge für immer schweigen Meine Fresse Ich habe hier Mana Verbrauch Live Verbrauch Der Nerven Verbrauch Der hat alles verbraucht Ach, zum Glück Der passt noch Ja, er passt noch Er passt noch Er passt noch So Da ist noch einer Habe ich einen gesagt? Meine drei Mh Ja, er brennt noch Er brennt noch Er brennt noch Er brennt noch Geh weg! Austreten am besten Und so einen großen Fuß habe ich leider nicht So Bin mir sicher Diablo kann ihn austreten Da bin ich mir sicher Ich bin mir sicher Ich bin mir auch sicher dass man irgendwie mit irgendwelchen Zahlen das belegen konnte Also hier, ne? Leistenmäßig Ich weiß echt nicht mehr wie das ging Ich weiß echt nicht mehr wie das ging Ja, wo ist das? Mit dem Alter kommt die Vergesslichkeit Ja, damals noch Als ich noch jung war Hallo meine Freunde Bleib kurz und hör Das ist schon This is all Hit points Say goodbye Time to Say goodbye Wow, what can I do for you? Keiner kann weg Der kann weg Jetzt kann alles weg Den halte vielleicht nochmal Oh, Gold gibt's eigentlich ganz gut Kann man sich eigentlich so nicht schwer Wow, what can I do for you? Vielleicht mal auch nicht repairen Der muss nicht repariert werden Der muss nicht repariert werden Premium Items Ja, ich glaub wir hatten schon mal reingekriegt Da war nichts so besonderes Spleppet dein was ist hab und was ist keine Was gewellt dir mein Freund? Oh Gut, du, mein Freund I-ich Nein, ich tenge mich MehrYOBo Also den Stab behalte ich erst mal vorerst wenn ich wieder ein paar Magier hab, der ich Ball ins Gesicht klatschen kann macht sich das gut Obwohl, wenn wir schon mal dabei sind... Ach, nimm's mit, Vorsichtshöber. Ja, ich weiß, das nervt immer, da hinten zu einer komischen Frau zu gehen, aber... Ey, wisst doch. Ne? Ne, ne, ich brauch die Bücher, die Bücher, ich brauch den Lesestoff, den, den Stoff, den guten, den Lesestoff. Ich schenke eine Seele in der Suche von Antworten. Ich weiß gar nicht. Golem, könnte ich den lesen, wenn ich meine Klamotten tausche? Ich kauf's jetzt einfach mal, plus der, der Vollständigkeit halber. Ich hoffe, mir die Ausrüstung reicht, wenn ich mich umziehe. 73 hab ich den Augenblick. Ich weiß gar nicht. Brains, Helm und Schwert und irgendwas noch, glaub ich noch. Komm mal. So, äh... Ich brauch... Nein, das nicht. Genau, den dann brauch ich. Und den Helm brauch ich. Und den Helm brauch ich. Ja, 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 ja. Bleiben Sie ruhig. Ach, der Helm reicht schon. Weil ich hätte das gar nicht alles aufheben brauchen. So. Naja, es gibt ja halt auch Zauberer, die sind... Äh, Zauber, nicht Zauberer. Zauber, diese... Äh, anspruchsvoller. Ich bin schon anspruchsvoller Zauberer. Ja, 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 ja. Das war ganz schön feuerreich. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt casten kann. Will, sie casten. So. Gulen. Wo finden wir dich denn? Nein, nein, nein. Oh, das ist schon ein Hörer. Ähm... 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 Sekunde. Ich will mal was gucken, kurz. Ähm... So, wenn wir den Helm abnehmen. Oh, schick. Dann brauche ich einfach bloß den Helm abnehmen. Carsten und... Ah, dieser Carsten. Überall ist er. Dann müssen wir einen Golem haben, hoffe ich mal. Mal schauen. Wir probieren das einfach mal aus. Ein paar Warnertrinker haben wir ja noch. So, gut. Dann nehme ich jetzt den Helm ab. Caste einen Golem. Und setze ihn wieder auf. Und trinkt den Trank. Und... Nimm eine Feierwolle in die Hand. Aber ich weiß auch gar nicht, ob der irgendwie zielgesteuert war. Manchmal bloß er den nächsten Feind zu lief. Oder... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hilft er mir. Das ist doch schon mal ein Anfang. Oh! Oh, ich muss mal weg. Oh, ich muss mal weg. Keine Ahnung, ob der Golem noch existiert. Wir werden es erleben. Oh! Ja, ja. Aber ich glaube, der Golem ist... Ja, das... Ich glaube, der war schon mal weg. Komm schon mal. Na, komm her. Braucht dich nicht, wa? Der war schon reichwärtig. Der war nicht reichwärtig. Nee. Der war nicht reichwärtig. Gut Ja, damit habe ich die 15 Minuten jetzt erreicht und weil ich ein paar Dingens im Vorlauf brauche werde ich auch direkt hier eine Pause ansetzen Also bis zur nächsten Folge Tschüss